So, zweiter Teil, jetzt kommen Übungen. Löst mal diese Gleichung. Hier, 4 Siebentel x plus 3 ist gleich 2x minus 4. Nochmal der Tipp, wenigere x wegnehmen. So, ich werde das Ding jetzt in aller Stille weiterschreiben. Drücke die Pause-Taste, ihr schreibt das Ding auch zu Hause auf. Hinterher guckt ihr nach, ob es richtig war. So, jetzt zur Auflösung. Also, was hier steht, ich würde bloß mal Folgendes drauf hinweisen. Ich habe das Problem mit, dass ich von zwei ganzen x, 4 Siebentel x abziehen muss. Also habe ich mit grün hier auf Einzel getrimmt. Und ob ich da 7 mal 2 hinschreibe, oder 2 mal 7, aber das würde ich hier nicht dahinter schmieren wollen, das ist egal. 2 mal 7, 7 mal 2 ist dasselbe. Hier unten habe ich es mal extra dahinter geschrieben, damit man das besser sieht, dass das egal ist. Ja, der Rest ist dann Handwerkszeug. Die 4 muss weg, daher die 4 rüber. 3 plus 4 ist 7. Jo, dann kann ich voneinander abziehen, weil sie ja beide Siebentel heißen. Und dann heißt das 10 Siebentel x Gegenteil von geteilt durch 10 Siebentel ist mal 7 Zehntel. Und schwupp, 7 gehört oben auf den Bruchstrich. Ich kann den auch verlängern hier. Hätte ich auch verlängern können. So, aber ich lasse es mal, damit das besser auffällt. Oder ich mache es mal doch sauber. So, 7 Eintel, die Eintel schenke ich mir. Sonst müsste ich einmal hinschreiben. Das muss ich nicht machen. So, und dann 7 mal 7 ist 49, 49 Zehntel. Ich weiß, 49 durch 10 ist 4,9. Das sieht man. Hat man einen schönen Anhaltswert, wenn man dann zeichnen muss. So wie hier oben. Aber das, wir wollten ja jetzt bloß so weiterrechnen. Ich stelle mal die Aufgabe weiter. Hieraus sieht man, dass die Gleichung eigentlich mal geheißen muss. Die eine und die zweite. Die eine hieß, die erste zum Beispiel Y ist gleich 4 Siebentel X plus 3. Und die zweite sollte geheißen haben, Y ist gleich 2 X minus 4. Eure Aufgabe ist jetzt, ihr schreibt X, also dieses X, aber nicht das X selber, sondern das, was es wert ist, in die erste ausrechnen und X in die zweite. X in Römisch 2. Einsetzen. Nochmal schnell zur Erinnerung. Y ist gleich hier die oben abschreiben. 4 Siebentel mal und jetzt 49 Zehntel statt X. Und dann plus 3 hinterschreiben. So. Jetzt macht was draus und die zweite macht ihr auch und ich mache dann alles fertig und dann melde ich mich. Pause-Taste drücken. Ich mache es auch. So, zur Lösung. Also eingesetzt und jetzt kann man kürzen, damit man sich nicht einen Wolf rechnet. Die 4 und die 10 gehen beide durch 2. 4 durch 2 ist 2, 10 durch 2 ist 5. Die 7 und die 49 gehen beide durch 7. 7 durch 7 ist 1. In Schreiben durchstreichen. 49 durch 7 ist 7. Plus 3. Das war die originale Gleichung und ich habe gleich mal gekürzt. Jetzt sage ich 2 mal 7 ist 14. 1 mal 5 ist 5. Plus 3 Ganze. 3 Ganze habe ich wieder mit Grün gezeigt, dass es 3 Eintel sind. Erweitere mit 5, damit ich auf Fünftel komme. Streiche am besten gleich durch, damit ich nicht so viele Zeilen schreiben muss. 3 mal 5 ist 15 schreibe ich hin. 1 mal 5 ist 5. Immer hinschreiben. Was man nicht hinschreibt, sieht man nicht. Rechne zusammen, denn die heißen beide jetzt gleich. Nämlich Fünftel. 14 plus 15 ist 29 Fünftel. Nebenbei mal ein Trick, wie man ganz schnell auf einen Dezimalbruch, also auf Zehntel oder Hundertstel oder so ein Gramm kommt. Hier mit 2 Erweitern, hier mit 2 Erweitern. Da gibt es 58 Zehntel. Dann kann man nämlich ganz schnell 58 Zehntel, 58 hinschreiben, eine Null, eine Kommastelle. Hier, peng. 5,8. Das gleiche hier. Ich habe 2x hieß es, 2 mal 49 Zehntel, was ich hier rausbekommen habe. Minus 4 Ganze. Ein Entel draus gemacht, mit 10 Arbeiter. Da gibt es 40 Zehntel. Die heißen beide gleich. 98 minus 40 ist 58. Zehntel. Einmal kriege ich es so raus, einmal kriege ich es so raus. Beides ist das Gleiche. Ich habe gewonnen. Ich drücke jetzt die Pause-Taste und schreibe da noch ein paar kleine Übungsaufgaben hin. Jetzt nicht auf die Art, sondern wie man noch mit Brüchen umgeht und dass man da keine Bange vorhaben muss, mit Brüchen zu arbeiten. Brüche sind nämlich genauer als Kommazahlen, die ich einfach so mal schnell hinten abschneide, wenn sie mir zu lang werden. So. Ich drücke die Pause-Taste. Ihr müsst das nicht machen. Die nächsten Aufgaben kommen gleich. So, das sind die Aufgaben. Und zwar 25 Euro mal 3,15. Das kann durchaus mal sein. Genauso wie man nicht 3,15, sondern vielleicht mal 3,00 hinschreiben kann. Also vollkommen egal. Vollkommen willkürlich gewählt. Und die nächste heißt, nehmen wir mal an, das wäre wieder so eine Gleichung, wo ich das X und das sei mal 27,8 durch Zufall gewesen, macht das mal. Kürzt mal. Und Achtung, hier würde ich mal, was macht man daraus am besten? Das ist ein 25 Zehntel. 25 Zehntel. Hier Zehntel, weil eine Kommastelle ist da. Also müssen es 25 Zehntel sein. Das kann man dann wieder kürzen. Na, macht mal. Pause-Taste drücken, selber rechnen, ich melde mich gleich wieder. So. Jetzt kann man Folgendes machen. Man kann sagen, 25 rechne ich mal 3 und teile es dann durch 15. Zur Erinnerung, 3,15 heißt genauso gut, 3 durch 15. Aber nö, ich wäre ja dumm. Hier steht ja eigentlich eine Stille 1. Hier. Hier steht eine Stille 1. Aber die können wir uns mal schenken. Wir können also die 25 Euro oben auf den Bruchstrich schreiben. Ach, die 3 und die 15, die gehen ja noch beide durch 3. Das hatte ich ja ganz vergessen. Also kann ich hier durch 3 teilen ist 1. Hier durch 3 ist 5. Na, jetzt ist die Aufgabe leicht. Jetzt heißt sie nämlich 25 Euro geteilt durch 5 sind 5 Euro. So. Das ging locker. Jetzt gucken wir uns mal die an. Die 2 Drittel kann man nicht kürzen. Aber wir können alles auf einen Bruchstrich schreiben und oben und unten mal setzen zur Übersichtlichkeit. Aber die 27 und die 18, die gehen vielleicht beide durch etwas. Und zwar durch 3 gehen sie. Das sieht man an der Quersumme. 2 plus 7 ist 9. Ist die Quersumme durch 3 teilbar oder durch 9? Ist das ganze Ding durch 9 oder 3 teilbar? Hier weiß man es. Die gehen aber beide sogar durch 9. Teilen wir mal durch 9. 27 durch 9 ist nur noch 3. 18 durch 9 ist 2. Oh. Sehr schön. Man darf ja Hauptsache oben und unten auch diagonal kürzen. Die 2 und die 2 gehen beide durch 2. Ergibt 1. Die 3 und diese 3 ergeben beide durch 3 geteilt 1. Jetzt heißt der ganze Ausdruck 1 mal 1 durch 1 mal 1. Also 1. Ich schreibe das nochmal sauber hin. Vorne steht y ist gleich 1. Plus 2,5. Das kann man im Kopf. Ich zeige aber mal, dass man aus diesem auch wieder einen Bruch machen kann. Also das y wird 3,5 ergeben. Aber jetzt nochmal den anderen Weg. Das nehme ich nochmal schnell weg. Das ist jetzt umständlich. Ich schieße mit Kanonen auf Spatzen. Aber ich zeige, wie man aus einer Komma-Zahl wieder einen Dezimalbruch macht. 1 lassen wir. Plus. Und jetzt sagte ich ja, vorhin schon, hier schreibe ich einfach plus die Zahl hin. Auf den Bruchstrich. Und jetzt gucke ich. Hier ist eine Kommastelle. Also wird das eine 10 sein. Nämlich mit einer 0. Eine Kommastelle, eine 0. Nur mal noch ein anderes Beispiel. Stünde da 0,25 zum Beispiel. Dann ergebe das 2 Kommastellen. Also muss das 100stel heißen. Und die 25 schreibe ich einfach oben drauf. Und das kann man mit 10.000stel oder sonst was machen und so weiter. Na gut, noch ein Beispiel. 0,0037. Ich gucke und sage 1, 2, 3, 4, 0 müssen unten stehen. Zack. 1, 2, 3, 4, 0. Und jetzt einfach statt 0, 0, 37 die 37 oben draufschreiben. Das bloß mal nebenbei. Wenn ich jetzt hier wirklich mit Brüchen arbeiten wollte, müsste ich hier wieder ein Einzel draus machen. Ich lasse das jetzt mal mit dem Grün. Und mit 10 erweitern. Beides mit 10 erweitern heißt mal 10. Da kann ich auch gleich eine 0 ranhängen. y ist demzufolge 10 plus 25, 35. Zehntel. Der Name bleibt nicht 20.000 machen. Und jetzt wandle ich das wieder zurück. y ist gleich 35 durch 10. Schreibe ich erst mal die 35 hin. Gucke, wie viele Kommastellen brauche ich. Eine 0, eine Kommastelle. Na und das sieht man, dass das auch hier rausgekommen wäre. Wie gesagt, das war jetzt mal zum Zeigen. Ich schreibe mal gleich noch eine Aufgabe hin. Oder zwei Aufgaben. Und ihr übt es wieder. Da sind die Aufgaben 6 Siebentel plus 12 Vierzehntel. Leute, nicht mehr, der kann nur nach Spatzens schießen. Gleich mal ein Tipp. Entweder ihr kürzt hier oder ihr erweitert hier. Ich würde hier kürzen, damit ich so schnell wie möglich auf den gemeinsamen Nenner komme. Der kann entweder 14 oder 7 heißen. Ich weiß, man könnte auch folgendes machen. Ich könnte hier alles mal 14 erweitern und hier alles mal 7. Aber warum soll ich mir solche großen Dinge antun? Also diesen Tipp bitte beherzigen. Und die andere Aufgabe, da haben wir wieder so eine y ist gleich Aufgabe, dass x sei mal ein Achtel gewesen. 3 Viertel mal x. Also mal ein Achtel plus 2. So, Pause-Taste drücken und selber rechnen. Macht schlau. So, ich hoffe, ihr habt das Gleiche. Und zwar, ich habe hier gleich gekürzt, weil ich das beides durch 2 kürzen kann. Dann ergibt das 12 durch 2 ist 6, 14 durch 2 ist 7. Jetzt heißen die beiden Siebentel 6 und 6 sind 12 Siebentel. Ich komme da nochmal drauf, weshalb man hier mit Kommazahlen ganz schlecht rechnen sollte. Werden wir gleich sehen. Gucken wir hier die andere Aufgabe an. Achtung, hier kann man nicht kürzen. Nicht unten quer kürzen. Also immer von oben nach unten, unten nach oben, schräg oder gerade runter, ganz egal. Aber nie hier drin rum kürzen. 3 mal 1 ist 3, 4 mal 8 ist 32. Hinschreiben. Plus, 2 Ganze habe ich wieder zu Einteln gemacht, zur Sicherheit, und habe oben und unten mal 32 genommen. Ja, es gibt auch leichtere Methoden, aber Leute, wenn ihr euch nicht sicher seid, macht aus dem Ganzen zwei Einteln und schreibt oben und unten hin. Streicht hinterher durch, wenn ihr ausgerechnet habt, dass 2 mal 32 64 sind und 1 mal 32 32. Jetzt heißen sie beide 32stel und 3 und 64 zusammen sind, oh Gott, ja, ja, 67. Das kommt davon. Wie gesagt, ich hatte heute sehr lange Mathe. Gut, 67, 64 plus 3, 32stel. Jetzt zeige ich mal, weshalb das sehr ungünstig ist, hier vielleicht eine Kommazahl einzutippen. Nehmen wir mal an, wir müssten, das hier wäre ein X-Wert, das Ding hier. Und wir müssten weiter rechnen und zwar mit 14, 14, 24, 24stel mal, und jetzt kommt mein Wert und ich rechne 12 Siebtel und mal sehen, was das ergibt. Gucken, kann man kürzen, oh ja, fein, die 7 und die 14 gehen beide durch 7, ist 1, durch 7 ist 2. Oh, na, Mensch, super, das geht ja auch nochmal. Die 12 und die 24 gehen beide durch 12, ist 1, durch 12 ist 2. 2 halbe, die 2 und die 2 gehen beide durch 2, ist 1, ist 1. Ergibt also ein Ganzes. Wenn ich jetzt, und jetzt zeige ich mal, dass das wirklich ungünstig ist, wenn ich jetzt sage, 12 durch 7 tippe ich irgendwie ein, habe ich jetzt nicht die Muster dazu, ich muss das mal kurz schriftlich darstellen, das wäre 1 mal, 1 mal 7 ist 7, ich ziehe ab, bekannterweise, jetzt komme ich am Komma vorbei, 12,0 kann ich mir ja merken, also setze ich ein Komma, 50 durch 7 ist 7, 7 mal 7 ist 49, abziehen, bleibt 1 übrig, 10 durch 7 ist 1, das 7, bleiben 3 übrig, 30 durch 7 ist 4, 4 mal 7 ist 28, und so weiter und so fort. Und ich mache hier mit 1,714 weiter, weil ich sage, ach, scheiß der Hund drauf, das reicht mir an Genauigkeit, bei 3 Komma stellen, das reicht vielleicht für sowas hier, zum Schätzen, zum Einzeichnen, weil genauer als genau, und Millimeter kann man kaum noch arbeiten, und Mikrometer ist nahezu unmöglich, sowieso im Heft, aber ich habe hier 1,714, und ich sage, okay, das war ja der Wert hier, das ist ja der gleiche Wert theoretisch, aber der ist nicht gleich, denn der würde ja ewig weiter zu rechnen sein. Wenn ich jetzt sage, 14,24 mal diese 1,714, wie geht das? Ach, das ist ja leicht, die 14 und die 24 gehen nochmal beide durch 2, das durch 2 ist 7, und 24 durch 2 ist 12, ich muss also lediglich rechnen, 1,714 mal 7, und dann durch 12 teilen. Ich mache jetzt mal schnell eine Pause für diese Nebenrechnung, ich habe jetzt keinen Taschenrechner dabei und keine Lust, den rauszuholen, und zeige mal, dass das nicht das gleiche ist. So, ich habe jetzt per Handstimme ausgerechnet, 7, wir hatten ja gekürzt 7,12, 7 mal 1,714 ist 11,998, und muss dann noch durch 12 teilen, komme ich auf 0,99016, Periode 6. Das ist, ja, vielleicht ausreichend, wenn ich mal irgendwas male oder so, aber nicht zum Weiterrechnen. Gucken wir uns nochmal den Vorteil an, wenn ich das hier tue, diese 12 Siemte hier einsetze, und ich kann nur irgendwie kürzen, ja, dann kriege ich was Vernünftiges raus, was auch wirklich passt. Und wenn nicht, herrje, dann habe ich auf jeden Fall einen genaueren Wert, wenn ich Brüche einsetze, als wenn ich sage, ach, auf drei Stellen, und wer macht das schon? Die meisten hören nach einer Stelle hinterm Komma auf. Dann kommt nur Mist raus, und das wäre schade drum, das muss nicht sein. Leute, macht euch das Leben leicht, arbeitet mit Brüchen. Leben leicht machen, mit Brüchen arbeiten, heißt aber auch, ich muss das hinschreiben, üben. Schreibe ich es nicht, sehe ich es nicht. Was ich nicht sehe, kann ich nicht rechnen. Also, Action. Macht was draus. Ich höre jetzt an der Stelle wirklich mal auf, wer noch weiter gucken will, ich habe auf dem Kanal noch Umgang mit Brüchen, mit Dezimalbrüchen, Dezimalzahlen, und so weiter und so fort, Maßeinheiten, mittels Brüchen, umwandeln, das geht. Übt euch in Brüchen, und ihr seid später auch als Ingenieur immer noch ganz gut drauf. Ich schließe das Video ab, und wünsche wirklich erfolgreiches Üben.